Mäusen Leute, herzlich willkommen beim Color Loot und mal so lange wieder, ich muss halt sagen, wieder mal neue Aufnahme, Super Mario Maker. Letztes Mal lief es ja ziemlich scheiße, ich habe ja irgendwie alles verkackt, was nicht von 2 auf dem Baum war und ich hoffe, dass es heute besser läuft und man kann doch mithoffen, so wie es aussieht. My Castle, ja schon, gucken wir mal deine Castle an da. Hässlich. Nein, Spaß. So. Ich hasse ja dieses Schloss-Setting total, weil man ja auch dieses... No, nee, Alter, wenn es so schön anfängt, dann kann ich es gleich sein lassen. Imuri, du kleine Naht. Wie soll ich eigentlich hier rankommen? So, wir machen das heute mal eben, machen das jetzt mal ganz gediehen. Gott, wann springen wir nicht, wann... Wow, wallah. Nein, 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 nein. Nein! Oh, ärgert mich das. Ah, guck, wo ist es jetzt nochmal, weil das... Wow, das war... Oh, oh, oh. Leute, die Pechstrinik kann doch nicht weitergehen. Wir haben's Mittag. Vielleicht soll ich mal wieder einen Schönheitsschlaf machen. So, jetzt machen wir das... Oh, oh, oh. Oh, Leute, ich... Ich, 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 ich raste aus, ey. Das ist die Normal-Challenge. Und nicht die Bock-Schwer-Challenge. So, wir machen das jetzt. Ich mach das jetzt mal ganz anders. So, wir springen jetzt von einem Tap... Mann! Wer doch zum Rage-Lord heute. Leute, ich hab grad so frischen Energy drinne. Och, Mann. Ich hab frischen Energy drinne, bin... Und bin gerade eigentlich total gut gelaunt heute. So, jetzt stell ich mich hier hin. Geht doch erst mal ducken. Los, die Flammen des Todes. Seit wann kann Bowser eigentlich nach oben ballern? So, Bowser, frisst das! Stürb, du Fotze! Voila! Ausgetrickst. So. Was erwartet mich jetzt hier? Du Hurensohn! Ich brauch. Voila! 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 Du! Was für eine Scheiße! Ja! Klar! Du Hure! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht nicht gut. Voila, voila, voila. Ey, Leute, ich kann da nicht rein, bevor der ist nicht im Bowser. Bevor der Bowser nicht rüberspringt. Stürb, Bowser! Aha! Ausgetrickst, die Nutte! Stürb! Äh... Oh, nein! 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 Nein, nein, nein! Ich hätte jetzt den scheiß Schildkröte mitnehmen müssen. Oh, ich hab jetzt eigentlich keinen Bock. Ey, mal probier ich's doch. Leute, das ist jetzt der letzte Versuch, wenn ich das versau, dann überspring ich die Web. Vorsicht! Vorsicht! Oh, mo... Könntest du ja kein Kroos im Jump haben? Alter, was frisst der? So. Wo sei Junior schon mal tot? Verbrannt im Höllenfeuer? Oh, geil! Oh, das wird immer besser, Leute. Das wird immer besser. Jetzt gibt mir... Gebt mir die beknackte Blume. Danke. Danke, danke. Leute, könnt ihr mal sagen, dass die Fettbacke mal springen soll? Danke. So, mein Freund, wegen dir musste ich nochmal hierher. Oh, Gott. So. Äh... Okay. Einerseits ist das schlau gemacht, aber einerseits gibt mir sowas mich total auf den Sack. Okay, okay. Das schaffen wir, das schaffen wir. Wee! Fuck you. Ja! Also, das Level ist gut und so anspruchsvoll, aber... Es hat mich zu sehr abgefuckt, um es einen Stern zu geben. Ähm... Ähm... Deswegen gebe ich das Level... Ich glaube, ich habe viel zu lange gebraucht für das Level, ne? Ich glaube, ich habe viel zu lange gebraucht... Oh, nächstes Mal mache ich mir eine längere Aufnahmezeit für Super Mario. Mike Hase, du kannst mich mal, du Grinsefratze. Ich glaube, ich sollte aufhören, so viel zu fluchen. Das mag Nintendo, glaube ich, nicht. Gut, wenn mir jemand geschrieben hat, dass mein Level scheiße ist... Und Don't Move Level können wir gleich weitermachen, weil wir wissen... Don't move is... Level... Zacken, 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 Zacken. Spiky Bowser Attack, juhu. Krieg ich heute nur scheiß Levels oder was? Das klingt schon scheiße. Oh, Gott. Oh, Gott. Fuck. Ich war doch drinnen in den Stern. Was war denn das Spiel von mir? Die, 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 du, Alter. Klingt wie ein Dildo. So, hier, komm, gib mir einen Stern. Oh, wieder eins von diesen Huren, so ein Levels hier. Oh, super. Ohne Scheiße, ich klatsche für dich in die Hände für eins der besten Levels, die hier gebaut wurden. Wie, warum die Leute sowas überhaupt sich trauen? Sich trauen, sowas eigentlich zu veröffentlichen, frage ich mich ganz ehrlich. Da sind ja meine beschissenen Levels sogar besser. Und fand's auch lustig, ich glaube, dass Don Tenno geschrieben hat, mein Level ist scheiße. Weil ich geschrieben habe, dein Level ist langweilig. Ach, ich liebe es. Immer ein bisschen haten, das ist immer so süß. Sich Leute aufregen und so. Oh, Gott. Hat nicht ein Level so gereicht, muss ich gleich... Das ist getrollt. Das ist getrollt. Da weiß ich, das ist gut, das Beste ist auf YouTube. Entweder du wirst geliebt oder gehasst. Und wenn du gar nichts bist von beiden, dann brauchst du kein YouTube machen. Ah. Was für eine Scheiße. Ich müsste echt mal anfangen, mit Facecam aufzunehmen wohl. Leider würde das für mich ein bisschen schwer werden. Marius Doom. A bit hard. Oh, Gott. Ich liebe solche Leider. Nein. 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 Oh, Leute. Was bauen die schon hier wieder für so eine Pisse? Uh. Lü, 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 lü. Nein, 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 nein. Ich hasse dieses Level jetzt schon. Ich versuche das Beste... Walla. Walla. Hallo. Fick dich, Alter. Weg damit. Werde ich da nicht mal sehe, wenn ich hoch springe. Da brauche ich doch gar nicht erst anfangen, darauf zu springen. Also heute ist das echt mal eine Rage-Ausgabe. Aber ich bin ja ganz ruhig im Gedingen. Wir machen das heute mit Stil. Ja, der Kackfisch kann... Boah, ich hasse diese Tintenfische. Uh. Leute. Ich bin der Stylomat. Tü, 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 tü. Gott, das sieht aus... Also Mario schwimmt so ein bisschen, als wenn er so fett wäre. Uah. Los, runter, 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 runter. Ja. Klein und fein. Also wenn Mario schwimmt und der Große, sieht das so aus wie so ein... So ein See-Euter. So eine Seekuh. So eine Kuh, wenn du die ins Wasser schmeißt. Würde genauso schwimmen. Du. Ich geb dir trotzdem keinen Stern. Das Level war scheiße. Dein Level war... 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 Scheiße. Äh, Entschuldigung. A very random... Wirklich. 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 Do you serious to this shit? Ja, super. Das ist der Namibu. Jetzt. Ey, Leute. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Das kann ihn doch heute nicht ihr Ernst sein. Oh, so eine... Ich hase... Oh, man. Ich... Ich... Ohne Scheiß. Leute machen doch nur noch Levels, um mich abzufacken. Die... Die wollen so... Ja, der Keller, der spielt halt wie der Mario Maker. Wenn wir euch nicht träumen, die fette Sau. Der hatet ja immer so viele. Aber wir haben uns unter Tränen, die mag ich ja voll. Oh, Gott, ey. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott, Gott, Gott. Leute, wer denkt sich sowas aus? Ich... Ey. Ich will nicht mehr. Das... Das ist... Das macht keinen Spaß. Das ist einfach nur... Ein wildes, konfuse... An... An Level geklatscht. Mehr ist der Scheiß hier gar nicht. Das ist... Eine Katastrophe für mich. Das ist... Zur Zeit kriege ich... Ich habe gestern mal noch eine Aufnahme gemacht. Die Slider hat da meinen Ton nicht aufgenommen. Weil ich liebe ja meinen... Mein Programm, mit dem ich aufnehme. Und... Da hatte ich gestern zum Beispiel sehr viele gute Levels gehabt. Und heute schon wieder so... So seit... Wo ich gestern den zweiten Part gemacht habe, sondern so... Ich kriege wieder nur Pisse. So... Als wenn Leute mich wirklich ärgern wollen. Halt die Fresse, du Spiel. Welches Level ich schaffe, skippe ich jetzt. Das ist... Das ist... So ein Minus-Mensch-Level hier. Das ist typisches Minus-Mensch-Level. Da hast du keinen Bock mehr. Da hast du überhaupt keinen Bock mehr. Schreibt euch mal vor, es würde ein Zelda-Maker geben. Da würden die Leute unter 90% Scheiße bauen. Gut, Level. Ach, komm, ihr habt alle keine Ahnung. Ihr Trollys, Alter. War bestimmt YouTuber. Da müssen die Fans wieder, obwohl es scheiße ist, wir machen... Oh Gott. Ich bin das Hentai-Monster. Gib mir die kleinen Mädchen. Ich habe ganz viele Zentakeln. Und ja, Leute. Ich weiß, dass das von Splatoon ist. Und das ist... Dieses zehnten Fisch. Das Spiel ist ja trotzdem... Halbes Hentai-Spiel. Halbes Hentai-Spiel wie dieses halbe Hentai-Level. Leute, wann kriege ich mal wieder Levels, die Spaß machen? Sagt mir das mal. Ich will Levels haben, die mal wieder Spaß machen. Das ist... Hier alles so eine hingerotzte Scheiße. Ich könnte jetzt wie Dumbtendu natürlich jedes Level hypen. Egal, wie scheiße es ist. Aber nee. Ah. Es kann nur noch besser werden. Es wird Terror nachgemacht. Peace wird Terror nachgemacht. Alter, komm. Du bist Deutscher. Du bist Deutscher. Du schaffst das. Du bist Deutscher. Ich glaube an deine Level-Vielfalt. Ich glaube an deine Vielfalt. Ich glaube an deine Intelligenz. Dass du ein gutes Level bauen kannst. Du bist ein Landsmann. Ich glaube daran. Und wenn ich mir das angucke, glaube ich, dass... Du bist... Oh, so einer. Du bist auch nur so einer, der mich jetzt geträumt will. Warum renne ich jetzt mit dem Peace-Switch um? Kommt ihr auch mal ein Ende? Kommt ihr auch mal ein Ende? Mir gibt keinen Bock mehr. Wow. Wow. Lass mich raten. Wenn ich jetzt auf diesen Peace-Switch gehe... Oh Gott, ich will mich hier überbringen. Mann. Leute. Ah, genau. Das wollte ich. Oh, no. Warte mal. Flori. Wenn du das vielleicht mal irgendwann in deinem... Verkackten Leben siehst. Du bist der größte Hurensohn. So eine Scheiße. Das geht nicht mehr. Das ist die größte Rotze, die ich je gesehen habe. Ich muss nicht hier aufpassen. Dass ich hier nicht auf so einen scheiß P-Knopf komme. Das steht wahrscheinlich für Pimmel. Flori, das ist so ein Hurensohn-Level. Das ist noch schlimmer als das davor. Oh. Keiner, das spielt vor dem Level. Wir träumen mal wieder Leute. Fick dich. Der Rage-Lord. Yeah. Wie um deine Coolness zu beweisen? Boah. Fick dich. Oh, Mario kommt nicht ins Level, Enkel. Ja, ich gucke mich auch vor dem Level Mario, weil es so scheiße war. Ah. So, Leute. Das war jetzt der Mario-Make-Up-Part für heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ich bin ein bisschen beruhigt und reg mich nicht mehr so doll. Also, Don. So, das macht mich schon.